Teillöffel sind genau wie ganze Abformlöffel Träger für Abdruckmaterialien beim Zahnabdruck. Man unterscheidet bei den Abformlöffeln konfektionierte, im Bild oben sehen Sie mehrere verschiedene Typen, individualisierte, unten im Bild und Teillöffel. Mehr dazu im Video Abformlöffel. Um Abdruckmaterial zu sparen, werden häufig nur Teillöffel anstelle von ganzen Abformlöffeln verwendet oder aber der Abformlöffel wird nicht ganz mit Abformmasse aufgefüllt. Im Film sehen Sie, wie nur die rechte Seite gefüllt wird. Die daraus resultierenden Teilabdrücke sind ungenau, da die Gipsmodelle nicht eindeutig in Position zueinander gebracht werden können. Bei einem Teillöffel erhält der Techniker Teilmodelle. Diese sind zueinander schwenkbar und somit nicht eindeutig zu positionieren. Der Zahnersatz, hier blau dargestellt, ist nicht genau modellierbar. Bei einem ganzen Abdruck erhält man ganze Kiefermodelle und somit einen sogenannten Drei-Punkt-Kontakt. Die Modelle sind dadurch nicht schwenkbar. Erst so kann der Techniker einen eindeutig passenden Zahnersatz herstellen.